Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Oh, Farnhaus. Bababababam. So, mal gucken ob wir heute sterben oder nicht. Wir lassen uns überraschen. Und wenn da steht Farmhaus, oh, da go, da go, da go, da go, du wirst wieder sterben. Oder auch nicht. Man möchte es nicht schaffen. So, sehen wir auch gleich wieder ein bisschen besser was hier. Möchte ja sein. Erster. Darko in seiner Jugend. So. Darko, komm mal her. Guck dir mal hier dieses Bild mit dem schwarzen Streifen an, was ein Treppengeländer hat. Ich habe auch noch ein paar Noten auf dem schwarzen Board geschrieben, wenn ihr braucht. Ist das eine Aufnahme von dir als Kleinkind? Ja. Das ist Olaf. Es ist peinlich, dass du mich mit Olaf verwechselst. Äh, Motion Sensor, dreckiges Wasser alleine. Gehört? Äh, ja, ja, warte mal ganz kurz. Ähm, du bist schon wieder bei mir. 40% und trotzdem so laut. Krass. Anwenden. So. Äh, dreckiges Wasser. Das ist das. Mehr Räucherstäbchen. Na dann. Ihr macht das. Ich warte hier. Seit wann montierst du zu Olaf? Seitdem ich... Äh, ja. Unten links direkt im ersten Raum. Ich gehe... Das machen wir nicht fotografieren. Ich gehe hoch. Bist du da? Bist du hier? Du, 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 Du... Das ist das dumme vor einem Haus. Ich fände wie alles scheiße, warum wir kaum noch W cigarillicht zwischen... Bist du hier? 2 mf wo? äh, unten hinten, aber nur für ne Sekunde oder so bist du da? Temperatur sagt nichts bist du hier? ich hab hier kurz für ne Sekunde 2 mf hier oben, also ich geh jetzt noch mal auf den Dachboden hoch nachhorchen aber, ja, äh, unten war ich schon überall, also mittlere Etage war ich schon überall bist du da? bist du hier? ich kann nicht einschätzen, ob das der Raum ist, ähm, der ist aber verdammt nah an der Grenze, also äh, 11 Grad, 10,2 Grad ich komm mal runter also das müsste ja theoretisch sein, aber bist du da? ja doch, 9,9, das ist der Raum du musst immer am Rest noch den Boden, guck mal, nimm die Wand dahinter auch noch mit das Thermometer geht auch durch die Wand durch die Rückseite civilizations der Raum? ja, sieben Grad Bist du hier? ich bin allein der Raum? er hat geredet er hat er hat er hat er hat gesagt wie heilt was heißt eigentlich behind auf deutsch ich stehe mit dem gesicht zur türen welchen schwierigkeiten spielen wir eigentlich gerade lassen doch fingerdrücke wirst du jetzt noch nicht finden daco geisterbox fingerabdrücke wurden fotografiert hier dreckiges wasser ist im bad an so haben wir schon alles wir haben geisterbox fingerbrücke und geisterbuch cool wir könnten ihn ausräuchern und damit für eine lange zeit erstmal vertreiben auch in der linie der zeit wir haben noch bewegungssensor und räucherstäbchen also bewegungssensor habe ich räucherstäbchen hole ich daneben für nebengeräusche tut es mir leid aber ich bin immer noch erkältet und das belastet mich gerade selber sehr weil so 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 okay jetzt noch mal das belastet mich sehr weil es nervt bei den aufnahmen so 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 ja ja ich bin hier ich bin hier ein jetzt groß unt pockets Untertitelung des ZDF, 2020 Warum ging gerade bei mir die Spindtür ein Stück auf? Hilfe! Hilfe! Wer wollte in meinen Schrank rein? Bei mir ging die Spindtür auf einmal auf. Ich habe meine Spindtür auf einmal eingehalten. Ich musste dann auch auf einmal sprinten, weil du in meinen Schrank wolltest. Ne, ich bin hinten in den reingegangen. Ja, an den wollte ich eigentlich zuerst rein. Achso. Es könnte aber zuerst nicht die Spindticks, deswegen gewastet habe, weil ich mich versucht habe, damit zu verteidigen, weil... ...die die Anreife rauszögern sollen. Ja, es ist nur noch Räucherstäbchen, was offen ist. Die können wir nicht mehr machen. Ne, aber ich habe am wenigsten Sanity. Hohohoho. Oh, Hase. Vorher du warst 10,10 Meter neben mir. Ja, aber wir hätten soweit alles. Oder bist du schon beim ersten drin? Ähm, ne, ich war... Ich bin direkt auf den hinteren gezielt gegangen. Ne, ich meine, ob du beim ersten Geisteranlarm schon drin warst. Ja, klar, ich habe mich doch hinten im Zimmer versteckt hier, wenn du vorne in die Tür reinkommst, links rum gleich. CO2 hat mich doch durchs... Ja, wenn du das nicht angesehen hast. Hm, CO2 hat mich ja durchs Fenster beobachtet. Ja, das erklärt aber nur die Sanity. Ja gut, abfahrt. Warte, 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 sag doch nie gleich. Abfahrt, Darko. Räucherstäbchen, zack. Hast du gesagt. Ja, haben wir verbraucht. Damit habe ich mich letztens abverteidigt. Dann muss Darko jetzt reingehen und pupsen. Ich war heute schon duschen. Scheiße, wa? Solange du nicht von hinten duschen warst, kommt immer noch der selbe Gestank raus. Also solange keiner von uns jetzt... Ist doch egal. Solange keiner von uns freiwillig jetzt Schillikonkane isst, ist alles gut. Also, ähm, was tragen wir uns rein? Nisch, nisch, ähm, wieso? Wir haben doch alles. Wir haben doch alles. Ja, Spirit. Spirit, oder? Ja. Okay. Und was hießt hier? Oh, warte mal, Schillikonkane. Hm, nein, dann fährst du wieder 10 Tage in den Kameraden. Okay, ich fahr. Oh, Schillikonkane wäre eine gute Idee für heute. Jetzt können wir ja wieder. Ich hab mich echt versucht, beide aus euren Schränken auszusperren. Nee, ich war drinnen, ich hab den Gordi zugehalten. Okay, ich hab ihn nämlich nicht aufbekommen, er hat wahrscheinlich euch die ganze Zeit versucht zu greifen, weil ihr habt halb rausgeguckt, jeder von euch. Ich hab euch zur Hälfte gesehen. Ich hab mich dann einfach neben euch gehockt und einfach Swagdicks angewacht, um den Geist zu countern. Wow. In der Haupt- äh, 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 Dings, äh, laut Buch heißt es ja, dass die Swagdicks, äh, seine Angriffe für eine längere Zeit abhalten sollen, deswegen hab ich einfach gehofft, dass es auch zählt, wenn man die einfach neben ihnen anmacht. Reimge wechseln wir uns ab, diesmal kannst du den Bewegungstensor raustun. Ja, ich hau mal das Parabol-Mikrofon rein, hab ich grad gekurvt. Ich hab mal zwei Swagdicks, oh, wir haben dreimal Swagdicks letztlich, äh, ja, dann nehm ich einmal raus. Ich hab mal zwei Swagdicks, oh, wir haben ja nichts, ich hab mal zwei Swagdicks.